Diese Audi A6 steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 140.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2011. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 170 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,8 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017